Zum ÖVP-Landwirtschaftsminister Rupprechter, der ja mit seinen Aussagen zum Adoptionsrecht für homosexuelle Paare für Aufsehen gesorgt hat. Die ÖVP hat das Gesetz zur Eigentragenpartnerschaft selber formuliert, die Stiefkindadoption eingeführt. Trotzdem dachte man, Rupprechter sei der konservative Flügel. Nur weil er bei einer Eidformel den Bundespräsidenten schockiert hat, der bekennende Artist oder Agnostikrist, das weiß man ja nicht so genau bei ihm, hat Herr Male geglaubt, dass er quasi der Vertreter des Konservativismus in der österreichischen Bundesregierung ist weit gefehlt. Seine Aussagen waren meiner Ansicht nach verrückt, aber das, was die Reaktion der Familienministerin Karmasin war, war um keinen Teil besser. Sie hat gesagt, ja, sie ist zwar der Meinung, kein Adoptionsrecht für homosexuelle Paare, aber sie ist der Meinung, man sollte homosexuellen Paare als Pflegeeltern einsetzen. Ja, damit setzt es ja nur noch dem Ganzen die Krone auf. Damit schafft sie eine Lösung jetzt schon. Die keine ist, in Wahrheit. Es ist schlicht und einfach die ÖVP in den liberalen Mainstream eingeklinkt. Und das sieht jeder, der mit einigermaßen mit offenen Augen die politische Landschaft betrachtet. Wo bleibt bei der ganzen Diskussion um Adoptionsrechte denn das Kindeswohl? Das ist der Punkt. Adoptionsrecht ist ja schon ein Widerspruch in sich. Es gibt kein Recht, jemand anderen adoptieren zu können. Sondern es gibt nur ein Recht der Kinder, in einer möglichst guten und gesunden Atmosphäre aufwachsen zu können. Und das bedeutet, dass angesichts der vorhandenen Entwicklung auch, der vorhandenen Möglichkeiten zur Entwicklung, das Kind auch ein Recht darauf hat, auf Vater und Mutter. Natürlich ist es der Idealfall und der Staat muss sich immer versuchen, diesem Idealfall möglichst anzunähern bei seinen Lösungen. Aber man kann ja nicht sozusagen aus einer Entwicklung, die meiner Ansicht nach sowieso falsch gelaufen ist mit dieser homosexuellen Partnerschaft, jetzt auch noch daraus noch weitere Fehlentwicklungen nachfolgen lassen. Das, was der Herr Rupprichter da gemeint hat, ist schlicht und einfach vollkommen falsch. Und das müsst ihr ja als Katholik eigentlich wissen. Die ÖVP hat vor einigen Jahren hoch und heilig versprochen, eingetragene Partnerschaft ja, Adoptionsrecht kommt niemals. Ich habe auch selber noch im Parlament, als das von den schwarzen Vertretern gesagt wurde. Aber man sieht ja, wie man sich auf die Schwarzen verlassen kann. Grundsätzlich ist das alles nur eine Frage der libertären Sickerzeit. Die ÖVP macht über kurz oder lang, meistens mittlerweile werden die Intervalle ja schon kürzer, jeden liberalen Unsinn mit. Das heißt, wer der ÖVP noch irgendetwas glaubt oder diesbezüglich noch in irgendeiner Form auf die ÖVP vertraut, dem ist nicht mehr zu helfen. Aber immer mehr Leute sehen das. Und das ist ja auch unsere Chance. Und das ist ja auch unsere Chance.